Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Hi, als allererstes der kleine und kurze Hinweis, der bei jedem Video am Anfang folgt, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich drüber über jedes Abo, was jeden Tag immer wieder eins dazu kommt. Deswegen lasst uns die Abos auseinander sprengen. Und ihr verpasst keine Videos mehr von mir. Ich stelle euch jede Menge Produkte vor und ab und zu mal kommt davon noch ein Automat und ab und zu mal spielen wir natürlich irgendwelche Spiele online. Heute habe ich wieder ein kleines Produkt für euch, welches noch eingepackt ist. Wir wechseln die Perspektive der Kamera und wir schauen uns an, was hier drin ist. Diesen Produkt handelt es sich um eine Maske. Wenn ich sie jetzt raus hole, werdet ihr sofort sehen, was ich meine. Ist sehr bekannt. Dürfte einigen jetzt schon bekannt vorkommen. Und da ist sie schon. Ich glaube, die dürften einige von euch bestimmt schon kennen. Zu der Maske ist natürlich das mitgelieferte Teil für Batterien. Schnell Batterien geholt. In dieses Teil kommen natürlich zwei handelsübliche 1,5 Volt AA Batterien. So, um euch die Funktionen der Maske zu zeigen, mache ich jetzt mal kurz das Kabel ab. Hier ist ein längeres Kabel dran. Das ganz harmlos ist kein UV-Licht. Keine negativen Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Größe ca. 19 cm x 17 cm. Also die Länge sind 19 cm, die Breite sind 17 cm. Hat einen geringen Stromverbrauch. So, jetzt haben wir das Kabel hier mal schnell empfetzt. Dieses Teil kann man sich dann irgendwo dran stecken. Hier ist eine praktische Halterung dabei. Und dann kann man die Maske sich vor das Gesicht ziehen und anschalten. Ich mache es jetzt mal kurz bei mir dunkel. Achtung. Und dann, das ist dieser normale Modus der Maske. Dann gibt es diesen Blinker-Modus. Sieht schon nicht schlecht aus. Schnellblinker-Modus. Und aus. Schon nicht schlecht. Wie gesagt, das ist diese Maske. Die setzt man sich einfach auf das Gesicht. Ich bin Brillenträger und muss sagen, es geht sogar unter der Brille. Ihr seht jetzt natürlich nicht mehr, was ich rede. Aber ihr hört mich hoffentlich. Man kann hier durchgucken. Hier sind auch Schlitze. Da könnt ihr auch meine Augen sehen. Ich habe die Brille noch auf. Da. Hier oben ist auch so ein Teil, damit das nicht an der Stirn drückt. Also funktioniert auch für Brillenträger. Viel... So. Hallo. So. Hallo. Hi. War es wieder aus. So. Wir machen es nochmal an. Ich zeige es jetzt nochmal bei mir auf dem Gesicht. So ist an. Das ist blinken. Und das ist schnell blinken. Und das ist schnell blinken. Ja. Bei 2000 Likes mache ich jedes Video in dieser Maske. Spaß. Wie gesagt, dieses Teil ist sehr lang. Falls es mal runterfallen sollte. Ich mache es immer kurz ab. Das kann man auch hier trennen. Da ist einfach nur mit so einem Steckern. Da kann man das gemütlich sich an die Hose klapsen. Und das Kabel dann durch die Sachen ziehen oder ähnliches. Damit das nicht so an die Klamotten rumschlappert. Und dann kann man das einfach wieder hier reinstecken. Na. Zack. Und schon ist das wieder komplett. Und natürlich funktionell. Das war es zu dieser kleinen süßen Maske. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst wie es ist. Lasst ein Like da. Ein Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.